Die Sonne geht auf. Guck dir jetzt an der Sonnenaufgang. Lass mein Baby in Ruhe. Da ist ein Enderman. Oh, ich klatsche. Ich gucke ihn an, okay? Der macht ja gar nichts. Ey, der klaut uns den Erdblock. Oha, ich höre es. Alter, das Geräusch. Oha, das ist ein Enderman. Die Sonne geht auf. Oh, die Zeit ist um. Oha, der Enderman geht auf. Der Enderman geht auf. Oha, der Enderman geht auf. Bei Rudi geht der Mond unter. Ne, die Sonne geht unter in der Nacht. Der Enderman geht auf. Ey, ich bin mal mein Freund von Senderlads. Ich bin mir gekommen, es ist einfach mal Lesplay von mir. Ich spiele da noch eine Bravecraft mit dem Lieben. Mister, äh, B, Rudi und Pate, Pate, der blieb. Wie Elektro-Gamer. Ey, Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also, lass uns zocken. Wir zocken eine Runde Bravecraft mit dem Lieben der Akabo und dem Elektro-Gamer. Was geht, Leute? Hier bin ich wieder. Im Start. Ja, ich habe ja so eine Voraufnahme gemacht. Versteht ihr das? Ja, ja, verstehen wir schon. Ne, verstehe ich nicht. Ja, bist doch ein bisschen blöd. Ich glaube, meine Musik ist ein bisschen zu laut. Ich habe meine Musik irgendwie gar nicht gehabt. Das ist doch die Leute, ich mache mal so eine Musik hier. Sonst vergisst ihr das nie. Diesmal vergisst ihr die Musik anzumachen, ne? Ja, normal. Ja. Okay, ich suche mir jetzt erstmal hier so Bäume, wo ich Holz farmen kann. So, music on. Wie ihr schon seht, ich zock jetzt gerade mit Shader. Ja, wie ihr bei mir seht, ich leider auch nicht wegen scheiß Minecraft. Ich hasse Minecraft. Minecraft ist für ein Arkt. Schaut euch alle schon mit Minecraft. Entschuldigung. Und haltet alle Rumi. Wieso? Weil er shadert. Ich will auch shader. Aber Minecraft mit Forge lässt sich nicht starten. Weil das hier auch so eine scheiß 1.7.2 selber ist. Warum auch immer wir darauf spielen, checkt keiner. Voll doch. Doch, der Marvin checkt das. Ja, Marvin, Marvin checkt auch nichts. So, okay. Ich heiße Marvin. Vor allem, wir kommen jetzt einen Tag später wieder auf uns. Hör mal drauf, was ist los. Mein Bett ist weg. Ja. Mein Bett ist weg. Marvin hat nämlich, wir haben am Anfang Regeln besprochen. Und Marvin hat die tolle Regel, ja, Clown ist erlaubt. Das ist so eine Behindertregel, warum ist Clown erlaubt? Das ist richtig, Leute, stellt euch einfach vor. Oh, hi, Rumi. Und ich, äh, und dann hab ich so gefragt, hä, was ist denn mit Dias und so? Er meinte, ja, davon dann nur zwei oder so. Hä? Mir nämlich verarschen, selbst zwei Dias, ey. Manchmal findet man nicht mehr als zwei Dias. Also, das mit dem Clown finde ich auch echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ja, ist richtig. Hat der hier im Bett, Alter? Äh. Also, falls ihr das Projekt verlassen werden, wisst ihr warum. Weil alle hier anfangen zu clownen? Ey, das sehe ich noch kommt. Ey, die aus dem Clown haben es gesetzt. Oh, echt? Ich denke nicht, dass jetzt alle anfangen zu clownen, ne? Ich hab auch keinen. Was haben die anderen denn dazu gesagt? Ja, Mitteleicht hatte eigentlich auch keinen Bock darauf. Ich auch, ne. Ja, keine Ahnung. Aber, das andere ist hundertprozentig, wird irgendjemand anfangen zu clownen, dann hab ich langsam keinen Bock mehr. Wenn das wirklich so passiert... Ne, wenn die, wenn die übertreiben damit, Alter, dann... Ja, dann müssen wir die Regeln nochmal besprechen, ey. Das mit dem Clown, finde ich... Finde, was, was ist doch scheiße bei so einem Projekt. Ja, egal, wenn die Clown, Alter, verlassen sich das Projekt zu, dann einfach juckt nicht oder nicht. Haben wir es denn? Wir sind die nicht. Nee, ich bin nicht, meine lieben Freunde. Das juckt die da einfach nicht. Äh, ich habe verrottet, das Fleisch, wenn du brauchst. Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich, äh, in der ersten Aufnahme, wo die alles besprochen haben und alles erklärt haben und so, da konnte ich leider nicht. Hey. Deswegen war ich da leider nicht. Ein Hütchen! Ein Hütchen! Wohl, Mann, ich brauch wieder Wolle, Alex, kannst vielleicht Wolle suchen, weil ich muss mir wieder ein neues Bett machen. Ja, ja, ich, ich hab da hinten schon Wolle in der Sicht, in der Sicht, genau, Alter. Der Elektro-Gamer hat den Erfolg, verrottetes, äh, fortgeschrittenen Handwerker. Verrottetes, verrottetes Handwerkerschen. Meine Güte, ey. Zu den Waffen, meine lieben Freunde. Oha, der hat sich eine Waffe gecraftet. Ja, ich hab genug Wolle, Alter, ich snack mir hier alle, alles Wolle, ey, ich hab genug. Und die, lass mal so eine Kiste an, ach, das bringt ja gar nichts, die können ja einfach nur in unsere Aufnahme gucken. Das sind nicht unnötig. Das hätte ich gesagt, lass uns eine Kiste anlegen, die keiner findet. Oder dann ist die, ich glaub, so schlau wird keiner sein, dass die jetzt in die Aufnahme der anderen gucken und dann suchen nach Kisten, wo die versteckt haben. Weil, also das bringt uns was schon, ne, dann kriegen wir Klicks dazu, aber. Dankeschön. Schon mal ein Danke voraus, wenn ihr das hier seht, ne, wenn wir eine versteckte Kiste haben und so. Danke voraus für diesen Klick, den wir von euch bekommen haben. Ja, das ist schon sehr nice, aber, ne, der, darauf kann ich auch gut verzichten. Ja, aber das mit dem Scheiß-Karon rieb mich voll auf, Alter. Das ist richtig, ja, für dich. Glaube, Leute, ich werde hier irgendwo mein Haus bauen. Du hast nämlich, weil bist du jetzt weggegangen? Nicht, ich bin auf andere. Ich hab noch, ach, ich muss die Quick Pro mal runter machen. Ich hab ja immer noch auf Quick Pro, weil ich ja eben noch in der Runde zu Weibel Games gezockt habe. Ja, ich werde hier mein Haus bauen, Leute. Ne, das nicht, das ist zu weit. Na, dann mach ich auf 80. Ja, das geht. 80, klar. Oder ihr könnt ihr auch in die Beschreibung bei mir schreiben, wie ihr es haben wollt, wenn ich das wieder auf Quick Pro mache. In die Beschreibung? Ja, man, lass mir einen Kommentar da, wie ich machen soll, entweder auf Quick Pro oder so wie jetzt auf 80 lassen, was für euch besser aussieht. Und ich finde jetzt für normales Minecraft, so zu rivalen, finde ich das jetzt eigentlich perfekt. Ja. Oh. So, Leute, jetzt bin ich in der Scheißhöhle. Können die. Danke. Jetzt kann ich mir ja nicht wieder im Bett machen. Ja, wo ist es? Ja, ich weiß. Ich hab' mir schon noch was. Er hat so eine Steinspizacke aufgehoben. So. Aber, Ali, soll ich was sagen? Na, ich will's wieder. Wir haben keine Weihwolle mehr. Ich geh' hier. Egal, scheiß drauf. Obwohl nicht. Weihwolle ist eh unnötig. Hallo, Weihwolle ist beste. Sand. Ja, wir brauchen Sand für Fenster. Ich brauch' Essen, Digga. Lass mal. und ich mache jetzt was was ihr wahrscheinlich nicht so mega gefallen wäre aber hier gelangt. Was? Ja, was? Was machst du denn da? Ja, warte ich. Chill mal, guckst du an Lager hier. Leute, tut mir leid, ich bin hier gerade so scheinzügig. Machst du erst eine Treppe hin? Na, rebs mir, Digga, nein. Ich, äh, what the fuck? Ja, nein. Haha, wie viele kleine Hühnerbabys wir haben. Ja, lass uns einfach mal tun zu wollen, dass sie hier nicht rauskönnen. Ob man das wie das jetzt nicht aussieht. Digga, wie viele Hühnerbabys du hast. Ja, wir kommen auch nicht mehr raus. Das sieht voll geil aus. Sauber, Alter. Ach, wir können ja einfach nicht, warte ich machen, kurz in der Tür hier. Digga, sis, Leute. Das hab ich sehr gut gemacht. Respekt nochmal an mich. Leute, es tut mir jetzt gerade echt leid hier. Entschuldigung. Scheiß, die Henne. Ja, genau, Alter. Ja, ich bin der Arsch. Digga, ey. Warte, ich hau das eine da auch noch so hin. Ist das weg? Oh, endlich draußen, Leute. Hau das andere hier, 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 hau das rein, hau das rein, hau das rein. Okay, Leute, ich würde sagen, hier baue ich doch nicht. Oh, da ist noch eins. Alex, hier ist noch eins. Nice. Die folgen mir jetzt eh. Hier, dann folgen wir nicht, du Opfer. Aber das Opfer folgt mir hier. Komm rein. Mann. Kommst du rein, oder gehst du rein? Hä? Hier sind aber noch keine Kühe oder Schweine. Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt komm! Ja, jetzt verpüßt du dich genau, Alter. Hä? Das ist im Holz? Hä? Wieso folgt mir das nicht? Gerade eben ist mir das noch gefolgt. Ich geh das gleich. Jetzt schuldigst du mir hier. Jetzt wieder nicht. Hä? Wo ist es hin? Hä? Wie blöd ist dieses scheiß Hühnchen? Sag mal, heißt ich Olaf, oder was? Ich bringe das gleich rum. Nein! Wir haben nur noch zwei hier drin. Ich dachte erst mal Schafe hier, Leute. Was? Wir haben nur... Ja, würde ich sagen, bauen wir jetzt hier mal... Ähm, das andere ist, es wird jetzt Nacht, ne? Aber wir sind jetzt wenigstens sicher. Wenn du unseren... Hast du, hast du... Ah, ich hab Pflastersteine. Oh, ich kassier' gerade live. Juhu... Wie viel kriegst du denn? Scheinlich. Äh, ja, auf jeden Fall genug, dass ich jetzt sterben könnte. Fuck, ich brauche Holz. Ich hab' immer noch keinen guten Bauch. Da mach' das hier in den Ofen rein. Wieso? Ich hab' immer ein Haus gefunden. Da ist voll Sand drin. Ich weiß, ob ich... Weil ich sterbe jetzt auch. Und da unten ist doch einer. Scheiße. Also, Rudi, du hast die Zeit im Blick, ne? Ja, hab ich. Sehr gut, ja, hab ich gebaut, Alter. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Mühne. Und wenn uns die... Ich wette, die kill... Und was, wenn wir, dass uns jemand killt? Oh, ich hab' meine ganzen Mods bei dieser Version nicht, Mann. Ich hab' auch Eis, Digga. Hast du ein Bett, äh, 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 der Electro-Gamer? Nö. Oh. Aber Monsterjäger. Ja, wenn die mich hier angreifen... Ja, ihr habt das auch schwer geste... Ne, Marvin hat hier alles eingeschritten, ne? Mervi, nicht wir. Keine Ahnung. Jetzt bin ich tot, ey. Egal, ich hatte eh... Nur Scheiße. Alter, jetzt müssen wir die ganze Zeit hier warten, bis es Tag wird, ey. Ist doch cool. Hä? Was ist denn dein Problem? Versteh' ich gar nicht. Brauch' rote Pilze, Mann, dann könnten wir uns essen machen. Und ne Schwieg? Ich opfer' mit... Hier ist so die zentrale Bar, Leute. Also, Haus oder so. Zentrales Haus, hab' ihr gesagt, ne? Ja. Wir haben kein zentrales Haus. Doch, das sah dieses hässliche Holzhaus. Keine Ahnung, wie mir das gehört. Echt, das ist ein zentrales Haus? Würde ich mal sagen, kein Plan. Ich hab' das gar nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit nur hier gewesen. Das ist auf jeden Fall herrschlich. Wie auch immer das gehört, ist es herrlich. Das war ein bisschen. Ja, das ist ein Slime. Ach, das gehört dir einer. Oh, das ist ein... Alter, viele Slimes. Sehr viele Slimes. Tote Slimes. Ich komm mal raus. Hey, Creeper! Hallo, Creeper! Ich sterbe jetzt, was tust du? Du wirst sterben? Ich kann nicht laufen. Ja, komm zu mir. Hier, explodier mal hier. Geh mir mal ein bisschen Erde oder so. Pass auf, Roni! Wie lange, dass ich mich einfach mal gedreht habe. Sag dir, pass auf, ich drehe mich so ganz langsam nach hinten. Justin hat mir einfach alles gelegt. Ja, äh... Hier ist ein Schieb! Hier ist ein Schieb! Oh mein Gott! Lass uns zugucken, wie er stirbt. Oh mein Gott! Und statt mir zu helfen, ne? Weil ich auch keine Waffe habe. Ja, wir... Holen ihn schon. Ja, alter, was ist für ein Aim, Junge? Hast du Aim-Bot an oder was? Guck dir an! Ja, halt, der Skelle. Digga! Der schießt immer auf mich! Der geht nur auf dich! Wie, die bei Survival-Games immer auf mich, Mann! Wuuuuh! Hä? Alter, ich schreit's grad'n bisschen. Oh, ich geb dir ne Waffe! Ähm, Alex, komm wieder zurück! Ich hab' ne Waffe für mich, ich weiß, ich sterbe gleich. Äh... Ja, ich hab' ja... Ja, warte! Ich klatsch' alles hier! Da sind ja nur paar Zombies! Wo ich nicht dran komme, Mann! Aber in das komme ich! Und da spring' ich rüber auf ihn! Hä? Schette! Oh oh! Achtung, Schette! Achtung, du darfst nicht in mein Dinges geraten! Ja, das ist einfach grad' im WhatsApp-Owner! Ja, das ist einfach grad' im WhatsApp-Owner! Quatsch! Hast du deine Aufnahme beendet? Nein! Hey, sag' einfach nix mehr! Ja, ach! Das ist die Aufnahme, Alter! Na, nein, meine Aufnahme! Sollen wir nicht reden! Oje! Das ist eine No-Speak-Aufnahme! Digga, ich klatsch' den jetzt an! Den Zombie? Okay, Alter, ich bin gleich tot! Tot! Oh! Ich kann wieder nur noch runterfallen sehen, ey! Ja, ich kann... Oh, ich sammle deine coolen Sam... Oh, anderthalb Herzen nur! Oh, nein, Creeper! Oh, das Creeper hat uns alles zerstört! Weil hier gibt's nicht genug Tissen! Das Creeper hat uns alles zerstört, ne? Das Haus! Bei uns zuhause? Ja! Scheiße, die schon wieder! Das hatten wir grade schon! Die Hühner! Geht's dir gut? Keine Ahnung, ich kann ja nix reparieren, weil... Skeletz kommt wieder hinterher, wie bei Survival Games! Verfolg' mich, Alter! Nimm mal den... Nimm mal den... Nimm mal den... Immer den lieben Rudi verfolgen! Ich hab' jetzt alle geklatscht! Wer mir das nicht glaubt... Ich... Hätt' euch hier eine sehr coole Folge gehören! Ja? Da hab' ich alle angeklatscht, ey! Oh ja, jetzt hab' ich die Spitzer gehört! Alle Hühner sind tot! Nein! Wir haben unsere Babys verloren! Wieso? Die Hühner! Ja? Ja, okay! Ich weiß drauf! Wir finden neue! Ja, juhu! Das sind nur scheiß Hühner, Alter! Dafür finde ich jetzt... Kohle! Dafür kann ich das Haus jetzt wieder richtig bauen! So! Wird's jetzt endlich wieder Tag, oder? Ne, irgendwie würde es nicht Tag werden! Wie lang bleibt es denn Nacht? Äh... Mitten in der Nacht zu spielen ist scheiße! Weil der Scheiß... Der Scheiß... Der Elektro-Gamer kein Bett hat! Äh... Mu! Und Rudi... Äh... Justin nimmst du immer noch auf? Nein... Hä? Der beendet dann mal die Aufnahme! Nein, nein, das ist scheiße so, weil... Guck mal, äh... Das... Weil, äh... Ich nehm' so lieber alleine auf, weil... Guck mal, wenn ihr so zusammen so'n Haus baut, dann... Dann redet ihr so miteinander und, äh... Ich so... Rede dann immer so so zwischen, das ist irgendwie öle! Hä? Hä? Ja, versteht ihr das nicht? Hey, Alter! Der ist doch dazu da, dass mehrere Menschen zusammen spielen, Digga! Und zusammen reden und keine Ahnung... Ah, ja... Was machst du, wofür so ein Projekt da ist? Ja, ist so... Ja, Täter... Ah, ja, die... Also, Justin ist echt ziemlich piggelig, was Aufnahme angeht. Also, das Gefühl... Ja, wie mit seiner Voransprache immer... Natürlich, man die auch so abhalten könnte... Wir hören... Wir hören dann da so schön zu... Ah, nein! Der muss sich jedes Mal auf Stumm schalten! Oh! Über... Hier ist Nünchen! Komm, Nünchen! Komm, Nünchen! Komm, Nünchen! Ja, wow! Ja, bring das Creep... Junge, bring die Creeper doch nicht hierher! Bring die Creeper doch nicht hierher, du Spasti! Ich hab' nicht zu geklärt, Digga! Ich hab' nicht zu geklärt, Digga! Ich hab' sie einfach geklärt! Wie ein echter Mannes getan hätte! Das ist doch Nünchen! Hey, ich hab' einen Baum in der Hand! Ich hab' einen Baum in der Hand! Scheiße, Nünchen! ich bin ich nicht mit ihm zusammen reden oder so, oder hab ich ihn ja nicht genau gesteckt Nein, schütt doch jetzt mal! Wie was, hä? Die erste Aufnahme, die äh, die zweiten, wie könnt ihr danach die Aufnahme erst gewiss zusammen machen? Also deine erste wieder mal! Ja! Hä? Oh, jetzt hol doch nicht rum! Nein, das wird... Warum, warum macht ihr das hier? Immer noch Nachfragen, ne? Ja, muss! Ja, jubel! Will ich das nicht checken? Ja, Mädchen! Mädchen? Hat der gerade auf den Boden gespuckt? Er kann einfach nicht... Anderem schlechter unterscheiden, hier, der Junge. Okay, jawoll. Ey, ich hab... Kohle! Und ich hatte hier Eis... Oh, wir haben drei Eis... Oh! Da kommt ein Zombie! Ja! Klatschen! Es wird langsam Tag, Alter! Digga, es wird Tag! Guck dir das an! Guck da hinten hin! Geh weg! Oh, Alter, hinten rennt eins, Alter! Du bleibst hier, mein Freund! Hab ich dir die Hausarrest gegeben? Digga, die Sonne geht auf! Du kleine Schlampe! Alter, die Sonne geht auf! Komm jetzt! Echt gleich ins Leben, Alter! Oh, die... Alle Hütchen verpassen sich hier! Ja, YOLO! Die Sonne geht auf! Oh! Guck dir jetzt an der Sonnenaufgang! Lass mein Baby in Ruhe! Da ist ein Enderman! Oh, ich klatsch ihn! Ja! Ich guck ihn an, okay? Oh, der macht ja gar nichts! Ey, der klaut uns den Erdblock! Oha! Ich hör's! Alter, das Geräusch! Du klaut uns den Erdblocker, Alter! Oha, das ist ein Enderman! Die Sonne geht auf! Oh, ein Klima! Oh, die Zeit ist rum! Oh nein! Oha, der Enderman geht auf! Der Enderman geht auf! Der Enderman geht auf! Und... Und... Ich wollte mal sagen, hinterlass für den Daumen nach oben, wenn es die Folge bis hierhin gefallen hat. Ich hoffe... Ich hoffe, was? Ich hoffe, ihr schaut meine anderen Videos so... Bis zum nächsten Mal! Haut rein Leute! Das letzte Wort kriegst du dann alles! Ciao! Ja, sind wir noch nicht froh, wenn es euch das Video gefallen haben sollte... Die Aufnahmen sind hier irgendwie voll komisch, keine Ahnung! Ich weiß... Das ist das... Das ist ein Trick von der Jura! Und... Sehr merkwürdig! Aber falls euch das trotzdem irgendwie gefallen haben sollte... Dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! Yes! Ey, das brägt den Südchen! Das ist ziemlich krass! Und... Ja... Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal heute!